Das sind wir, Fall 1 nach der Doppelfolge. Danke für euer wirklich gutes Feedback. Aber jetzt geht es trotzdem ganz normal weiter. Diesmal ohne Tote, diesmal nicht mal mit dem Versuch, jemanden zu töten, wage ich mal zu behaupten. Ich hoffe heute mit ein bisschen Entspannung, aber wie immer mit einem echten Fall, einem echten Urteil. Tatsächlich echtem Leben, vielen Fragen, die wir uns stellen. Wahrscheinlich nicht nur du, Basti. Ein paar Antworten, die ich versuche zu geben. Mich fürchte, ich werde nicht alles beantworten können. Alle Fragen, die wir in mittlerweile, ich muss einfach nachgucken. 94 Folgen, habe ich mir 3 Ausrufezeichen hingeschrieben, weil es so viel ist, konnte es gar nicht glauben. Also sämtliche Fragen, die wir da schon gestellt und beantwortet haben, findet ihr in der ARD Audiothek zum Hören und ihr findet uns zum Sehen in der Mediathek. Bei YouTube und freitags im Nachtprogramm des Hessischen Rundfunks, manchmal sogar an anderen Tagen. So ist es, Heike. Und ich muss vorab hier schon Danke sagen, dass du dich darauf eingelassen hast, diesen Fall zu nehmen. Weil am Ende machst du das eigentlich erst mal nur für mich, weil ich sowieso... Das ist Liebe, wie geht das mit den Herzen? Keine Ahnung, die machen, mittlerweile machen die, glaube ich, so. Aber ich habe es auch nicht. Nein, 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 sowas mache ich nicht. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall ist mir der Fall bekannt. Allerdings habe ich jahrelang schon sehr viele Fragen zu diesem Fall, die nie beantwortet wurden, weil ich auch zu faul war, das zu machen, was du jetzt gemacht hast, das mal zu recherchieren. Und das aber auch, ehrlich gesagt, Spaß gemacht hat. Bei 93, um jetzt darauf zu kommen, woher ich diesen Fall kenne, zu spekulieren, was da genau passiert ist. Also der Fall, der ist mir zum ersten Mal in einem anderen Podcast begegnet und da haben wir nur die Polizeimeldung gelesen und haben gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Wie kann es dazu kommen? Und haben wild spekuliert, unsere Hörer sind ausgerastet. Ich glaube, das wird die meist abgerufenen Verurteilfolge aller Zeiten, weil jetzt noch die anderen Hörer dazukommen, die auch wissen wollen, was zum Teufel ist dort passiert und warum. Und das Environment ist auch geil. Und bevor ich jetzt zu viel Lava, was ich merken muss, lassen wir einfach die berühmte Dagmar Nun, Freund in unserer Sendung Legende, zusammenfassen, was da passiert ist. Der Fall Wer hat den schönsten Rammler? Über diese Frage gerieten 2019 Kaninchenzüchter in Halle in einen handfesten Streit. Am Ende musste sogar die Polizei zur Bundesrammlershow anrücken, um die streitenden Züchter zu trennen. Ein Mann kam mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus. Zur 27. Bundesrammlershow waren mehr als 2300 Kaninchenzüchter aus aller Welt angereist. Zusammen mit der integrierten Verbandsschau des gastgebenden Landesverbands der Kaninchenzüchter Sachsen-Anhalt präsentierten sie ihre etwa 11.000 Tiere. Basti hat jetzt schon Spaß. 11.000 Tiere, ich stelle es mir unglaublich unübersichtlich vor. Ja, es war immerhin in einer Messehalle. Ja, aber auch aus aller Welt, da musst du irgendwie so ein armer Hase in so ein Flugzeug steigen und denken, warum fliege ich jetzt hier weg? Es war doch geil in meinem Haus so mäßig. Und ja, weil die Leute gucken wollen, wie viele Punkte du hast. Zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall, Heike. Und wenn du nicht hast, kommst du nicht mehr nach Hause zurück. Es ist, warum? Ja, weil du dort vielleicht verkauft wirst. Ach so, auch noch. Es ist auch quasi nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Handelsmesse. Es ist eine Tauschbörse, eine Handelsmesse und so nach allem. Ich möchte sofort dazu sagen, bitte Abstand zu nehmen von allzu vielen Mails und dergleichen. Ich bin keine Kaninchenzüchterin und ich kenne mich auch nicht so gut aus. Und ich habe mir das versucht, irgendwie drauf zu schaffen und habe gelernt, es ist relativ kompliziert mit diesem Kaninchen. Danke, Heike, weil das wäre jetzt ehrlich gesagt mein Start in diese Sendung. Weg mal kurz von der Chronologie, sondern hast du für mich eine kleine Einführung in diese Welt, weil ich glaube, dir war die vorher auch jetzt nicht so bekannt. Nein, ich musste viel lesen dazu. Ich bekrachte die mit einer gewissen Ironie. Ist vielleicht auch lustig auf den ersten Blick, aber eigentlich ist das ja serious business so. Wenn so viele Leute, so viele Tiere regelmäßig sich treffen, um was zu tun eigentlich, was passiert dort? Naja, die messen sich, das ist ein Wettbewerb und suchen die Schönsten. Also in diesem Fall ging es ja irgendwie so um Bundessieger und Bundesjugendsieger. Und es gibt aber auch Landessieger. Es gibt die Bundesramblerschau ebenfalls wie Kaninchen, Bundeskaninchenschau. All das gibt es. Das heißt, das ist nicht das Einzige? Es gibt noch mehrere verteilt? Es gibt noch mehrere verteilt, aber so häufig kommen die gar nicht vor. Also die Bundesramblerschau gibt es alle zwei Jahre. Ich vermute mal, bei der Bundeskaninchenschau wird es ähnlich sein. Also das gibt es nicht ständig. Aber es gibt es schon regelmäßig. Ich kann euch nachher als kleine Serviceeinheit auch noch Daten nennen, wenn ihr da unbedingt hin möchtet. Kann ich euch das machen mal am Schluss. Schreibe ich hier mal auf, neben unseren Tordaten, die wir euch dann geben, kriegt ihr die Daten für die nächsten Shows. Für die nächste Bundesramblerschau. Wir reden nämlich von der 27. Und die 27. war im Jahr 2019. Und wie wir alle schmerzhaft erfahren mussten, kam ja dann nach Corona. Und dann war erst mal Pause. Gut, aber Heike, das heißt, ich bin jetzt zu Hause. Ich habe einen Haas. Ich hatte früher auch einen. Ich auch. Viel wollte der nicht machen. Der wollte eigentlich nur so ein Haus haben, wo der meiste Zeit drin war. Ab und zu wollte er ein bisschen was essen. Wenn ich ihn rausgelassen habe, hat er die Kabel von meinem Fernseher kaputt gefressen. Ich war kurz sauer, dann haben wir uns wieder vertragen und dann ist er wieder ins Haus gegangen. Ich hatte so einen Vernachlässigten. Wie hat er sich verhalten? Der hat auch gerne mal, also ich war auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel wollte ich ihm mal zeigen, wie so ein Hund aussieht. Das fand er jetzt nicht ganz so cool. Und das hat, also Hasen, wenn die, also oder Kaninchen, das ist ja auch noch ein Unterschied. Ich glaube, den Fehler habe ich auch gerade gemacht. Ich hatte bestimmt keinen Hasen. Nein, wir hatten alle Kaninchen. Und die klopfen dann mit den Hinterbeinen, wenn Gefahr in Verzug ist. Da kommt der Name Klopfer her aus, Bambi. Ich vermute, dass das, ich vermute, dass das da herkommt. Ungefähr genauso fantasievoll war der Name meines Hasens. Der war auch ganz gut. Mumpfel, okay. Weil er immer so süß die Nase hochzog. Das ist Gedanke übertragen, weil meine erste Frage wäre gewesen, bei diesen Shows, was bewerten die an den Hasen? Die bewerten alles. Die bewegen ja die Nase so schnell. So, wer das am schnellsten kann, oder wie? Nein, 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 die bewerten ja die Schönheit. Das darf nicht so weitergehen. Die bewerten die Schönheit der Hasen. Und in diesem Fall reden wir konkret von den deutschen Riesen und den deutschen Riesenschecken. Das ist eine Rasse. Ja. Du bist schon wieder da. Das sind so große Hasen. Ich dachte, ich muss jetzt Zeit füllen. Nein, nein, nein. Das sind sehr große Hasen. Die deutsche Riesenschecke, das ist jetzt angelesenes Internetwissen, entspricht im Wesentlichen dem deutschen Riesen, weist allerdings eine andere Fellzeichnung auf, hat ein geringeres Gewicht und einen feineren Knochenbau. Der Körper ist groß, gestreckt und leicht walzenförmig. Es gibt das Kaninchen in schwarz-weiß, in blau-weiß und in Havanna-farbig-weiß. In blau-weiß? Mhm. Es gibt blaue Hasen. Offensichtlich. Und in Havanna, das... Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob... Halt Kaninchen, müssen wir doch sagen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Kaninchen... Nee, ganz kurz. ...ob bei den Blauen was anderes ist als jetzt so in unserer Vorstellung. Wir reden doch hier über Hasen, weil das ist doch alles bei der Rammler-Show passiert. Aber das sind Kaninchen, soviel ich weiß. Die Kaninchen dürfen auch bei der Rammler-Show mitmachen. Ich dachte, die haben eigene Shows. Die Rammler sind doch nur die männlichen. Das heißt, es war eine Männershow. Es war eine Männershow. Das heißt, auch ein Kaninchen kann Rammler sein. So, und jedenfalls geht es bei diesen Tieren vor allen Dingen um deren charakteristische Fellzeichnung. Die umfasst am Kopf den Schmetterling. Das ist das Ding um die Nase. Mhm. Die Ringe um die Augen, die Backenpunkte und die Ohrenzeichnung. Und die Rumpfzeichnung besteht aus dem Aalstrich und den Seitenpunkten. Der Aalstrich ist praktisch oben am Rückgrat entlang. Das heißt, wo man quasi die Wirbelsäule, wo das Fell manchmal so ein bisschen hört. Ja. Okay, das heißt, es geht hier rein ums Aussehen von den Dienern. Es geht ums Aussehen. Nicht um Athletik oder müssen die da irgendwelche Wettbewerbe absäuchten und sagen, ey, der ist schnell. Nein, glaube ich nicht. Oder kämpfen die gegeneinander vielleicht. Nein, 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 nein. Es geht meines Erachtens nur um die Optik. Also meines Wissens, muss ich sagen. So, und weil du gefragt hast, was die wiegen. Also, das Mindestgewicht beim deutschen Riesen beträgt 5 Kilo. Das Normalgewicht 6 Kilo. Die sind schon ordentlich groß. Die haben eine Körperlänge von 64 Zentimetern mindestens und normal sind 68 Zentimeter. In der Rassebeschreibung findet man auch die Eigenschaften. Eigenschaft ist, wird zur Fleisch- und Fellgewinnung genutzt. Was? Wegen seiner guten Wirtschaftlichkeit ist er relativ weit verbreitet. Wirtschaftlichkeit heißt in dem Fall, lohnt sich den zu töten? Er vermehrt sich schnell und du kannst was damit anfangen, weil du hast Fell und du hast Fleisch. Wo taucht dein Hasenfell auf? Hasenfell tauchte jedenfalls früher, also Kaninchenfell tauchte früher auf so Pelzjacken und so. Kragen auf, hält schön warm. Okay. Ich glaube, heute trägt das keiner mehr oder traut. Das ist doch die Hasenfell. Genau. So, aber wo diese Kaninchen auch aufgetaucht sind, in einem Artikel in der FAZ aus dem Jahr 2007, da ging es nämlich darum, dass die deutschen Riesen den Hunger in Nordkorea stillen sollten. Ein nordkoreanischer Diplomat war bei einem Züchter in Eberswalde, also in Brandenburg. Und hat da irgendwie Kilo, Kilo, Fleisch, Fleisch gesagt und ist auf den aufmerksam geworden, weil der auch irgendeinen Wettkampf gewonnen hat mit seinem Hasen, mit einem Kampfgewicht von 10,5 Kilo. So, und da sind halt die Nordkoreaner aufmerksam geworden und haben gefragt, ob sie nicht so ein Hasen haben könnten, also so ein Kaninchen haben könnten, weil die sich halt so stark vermehren. Weil sie da den Hunger stillen können und weil der Eberswalder Züchter ein freundlicher Mensch ist, hat er eben den Hasen für 80 und nicht für 200 Euro gegeben. Und er hat gesagt, er hofft, dass seine zwölf, ich sage jetzt auch immer Hasen, aber es sind Kaninchen, dass seine zwölf Kaninchen gesund und fortpflanzungsfreudig sind und an die 60 Junge pro Jahr hervorbringen können, also zwölf. Warum erzählst du mir das? Naja, weil du doch so geguckt hast bei den Eigenschaften, bei der Fleischgewinnung. Das heißt, in Nordkorea essen die bis zum heutigen Tage noch Riesen schecken. Das weiß ich nicht. Also wenn die sich fröhlich weiter vermehrt haben, dann vielleicht. Wahrscheinlich ist mir das nochmal fremder als das, was da bei diesem Wettbewerb stattfindet. So ein Hasenfell, ein Hasen zu essen ist nicht meins. Gibt es wahrscheinlich Leute, die das mögen. Und diese Shows sind tatsächlich... In Italien ist das eine Spezialität. Ist ja auch... Alles gut. Es war jetzt nicht Georgie gemeint, sondern es war eher so, dass ich noch ganz weit weg von dieser Welt bin. Also irgendein Johnny aus Eberswalde, der Hasen züchtet und sagt, hier kriege ich die für 80 Euro, dann könnt ihr den Hunger in Nordkorea stellen. Dann irgendeiner sagt, boah, der hat geile Punkte. Und ich fahre jetzt hier durchs ganze Land und zeige den anderen Leuten den Hasen, damit die die gegenseitig bewerten nach Kriterien, die wir uns ausgedacht haben. Wo 2300 Leute auch kommen, dann sitzen da überall Hasen rum. Und irgendeiner bildet sich ein, dass er, ja, ich kenne ja die Kriterien für einen guten Hasen. Wer bestimmt das denn, wie der auszusehen hat? Na, da gibt es doch ganze Landesverbände und da gibt es doch... Ja, aber dann stellen wir uns mal kurz vor, was da passiert. Das heißt, da sitzen Gremien zusammen, die sagen, wie der ideale Hase-X-Kaninchen auszusehen hat. Und wenn du dann damit hinkommst und Glück hast, dass deiner so aussieht... Nee, du züchtest die natürlich in diese Richtung. Du siehst den einen, deswegen tauschen und kaufen die doch dort. Du siehst den einen und sagst, hm, der passt aber gut zu meinem Rammler, was weiß ich... Das heißt, das sind dann auch so Schöpfungsexperimente, die da stattfinden. Wenn der und der zusammen mit ihr ein Kind kriegen und die dann auch Kinder kriegen und dann mit dem da hinten, dann haben wir hier Havanna Power Blue, nice boy, da ist aber hier vorne der Punkt auf der Nase richtig gut. Und den nächsten Bundessieger im Stall. Was kann man da gewinnen? Was ist, wenn ich den besten Hase in Deutschland habe? Das weiß ich nicht. Okay. So, das weiß ich nicht. Die Frage hatte ich mir nicht gestellt, was es dafür gibt. Aber da muss ja eine Motivation dahinter sein. Hat das einen Geldwertenvorteil? Weil diese, das haben wir doch gesehen, hier der Nordkoreaner hat doch auch darauf reagiert. Der Diplomat hat doch auch gesehen, dass da irgendeiner irgendwas gewonnen hat. Ja, das verstehe ich sogar, wenn es um Fleisch geht. Sozusagen, okay, die machen schnell, die sind sehr aktiv und da hast du viele davon und kannst sie essen. Also diese Hasen, das stimmt auch gar nicht, was ich sage, dass ich das nicht wüsste. Die sind, glaube ich, bis zu tausend, jetzt habe ich auch immer Hasen. Das ist doch egal, die mit den Ohren. Ich kriege die Mails, die mit den Ohren sind bis zu tausend. Ganz ehrlich, das sage ich jetzt auch nochmal ganz kurz, weil wegen diesen Mails, ich spreche immer wieder euch mal auch aktiv an, wenn du jetzt zu Hause sitzt und dich aufregst, weil wir Kaninchen und Hasen verwechseln, meine Güte, es wird heute Morgen und nach dieser Sendung, mehr passiert sein, was dein Leben beeinflusst, als das. Denkt euch doch einfach, das ist doch egal. Okay. Es kann doch niemand daran scheitern, diese Sendung zu hören, weil die sagen, die muss dich ausschalten. Also diese Kaninchen. Chill doch, Bruder. Du auch. Diese Kaninchen, da kriegst du zum Teil bis zu tausend Euro für. Für was? Für das ganze Tier oder dafür, dass der sich mit einem anderen trifft? Für das Tier. Wenn du so einen Bundessieger hast und den kauft dir einer ab, kriegst du, ich meine, das an irgendeiner Stelle gelesen zu haben, wir kommen da vielleicht noch dran vorbei, kriegst du um die tausend Euro für deinen Bundessieger. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Das sehen die, glaube ich, anders. Da muss ich ja zehn. Aber vielleicht kann man das auch so nicht rechnen, das ist ja ein Hobby. Dann spricht auch wieder dagegen, weil wenn es nur ein Hobby ist und ich brauche das Geld nicht, dann gebe ich doch meinen Bundespower-Siegerhasen nicht ab, sondern stelle ihn in so einen vitrinenartigen Käfig über meinen Kamin. Naja, aber wenn das so ein Wettbewerb ist. Dann lebt dort ein Herrscher über die anderen Hasen. Wollen wir mal mit dem Fall anfangen? Lass uns mit dem Fall anfangen und jetzt auch auflesen, warum du das alles erzählt hast, was diese Riesen-Schecke betrifft. Ist das der Hase, um den es hier geht? Es ist auch ein Hase, um den es geht. Ich würde aber gerne beginnen, mit dem eigentlich auch alles begonnen hat. Es ist ja tatsächlich so, dass ich über euch, nämlich über 93, auf diesen Fall aufmerksam gemacht worden bin, weil er in Halle-Saale spielt, war ich selbstverständlich in keinem Prozess drin, weil es zu weit weg für mich Frankfurterin ist. Aber dann dachte ich, guck dir den Fall doch mal genauer an. Und das Ganze geht los und ging auch für euch damals los mit einer Polizeimeldung. Die ist vom 3. Februar 2019. Wichtig ist jetzt, ganz wichtig, da spielen jetzt viele eine Rolle. Wichtig ist, das ist die erste Meldung. Es heißt nicht zwangsläufig, dass es so war. Es ist die erste Polizeimeldung, die mitteilt, dass sie halt einen Vorfall so und so geschildert bekommen hat. Genau. Und da muss ich dazu sagen, hier sind wir jetzt gleich an dem Punkt, an dem Wissen, was ich habe, weil anders als bei 93, anders als bei Vorurteilen sind wir bei 93 sehr unseriös. Wir haben einfach genau das übernommen und jahrelang anhand dieser Fakten diskutiert und werden heute hier die Wahrheit erst erfahren. Heute die Wahrheit. Also in dieser Polizeimeldung steht, die Beteiligten hielten sich auf einer Kaninchenmesse auf. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Rothenburg, Niedersachse 1, so kennzeichnen wir den jetzt, weil das sonst zu kompliziert wird, befand sich an seinem Stand, als Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein 51-Jähriger aus Wurzen, das ist in Sachsen, auf ihn zukam. Dort kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung bezüglich der Kaninchenzucht des Niedersachsen 1, sage ich jetzt. Der Ältere schubste den Züchter gegen einen Käfig. Der Ältere ist der Mann aus Sachsen. Infolgedessen stürzte dieser. Ein 33-Jähriger aus Franken sowie ein 59-Jähriger aus Niedersachsen, Niedersachse 2, ging dazwischen. Sofort ging der Tatverdächtige, das ist der Sachse, auf beide los und versetzte dem 59-Jährigen, das ist der Niedersachse 2, ein Faustschlag. Der Angreifer, also der Sachse, trat zudem auf den am Boden liegenden 59-Jährigen Niedersachsen ein. Dabei verletzte er sein Opfer, welches in ein hallisches Krankenhaus gebracht werden musste. Nun ermittelt die Polizei. Also die Polizei geht ursprünglich davon aus, dass es Streit gab, weil der Sachse, ich muss jetzt gut aufpassen. Ich kann es dir gerne zusammenfassen, Heike. Das ist ja der Wissensstand, den wir damals hatten, warum uns das so fasziniert hat. Weil was hier passiert ist, laut dieser Meldung, mit dem Wissensstand, den wir jetzt hier in dieser Aktualität in der Folge haben, findet eine Bundesrammler-Schau statt, was sowieso schon mal spektakulär an sich ist, dass Leute das machen. Finde ich einfach, das ist für mich eine interessante Parallelwelt, ohne das in irgendeiner Richtung bewerten zu wollen. Finde ich sehr interessant, dass das der Mikrokosmos von der Person ist, zu denken, boah geil, da hat ein Punkt mehr, ich gewinne nix ja. Dann steht Niedersachsen 1, steht an seinem Stand mit seinem Hasen. Also es ist sein Stand, sein Hase. Dann kommt ein 50-jähriger Sachse dort an und wird scheinbar so sauer, dass er nicht nur auf Niedersachse 1 losgeht, ihn schubst, sondern auch auf Niedersachse 2, der ihm helfen will. Und so sauer ist, dass er auf ihn eintritt und ihm dabei Rippen bricht, während er schon auf dem Boden liegt. Das heißt, die Frage, die wir uns damals gestellt haben mit dem Informationsstand, den wir jetzt hier haben, ist, wie hässlich muss dieser Hase gewesen sein, dass dieser Sachse so wütend wird. Ich löse es erst später auf. Okay. Es ging tatsächlich um die Schönheit von Kaninchen, aber so war es nicht. Weil wir müssen hier zusammenfassen, der Sachse geht zu dem Stand. So steht es in der Polizeimeldung. Und schubst Niedersachsen 1 gegen seinen eigenen Käfig. Ja. Es ist ja jetzt, man hätte es ja vielleicht verstehen können, wenn wir jetzt hierbei bleiben, deshalb, dass Niedersachse 1 auf den Sachsen losgeht, weil sein Hase beleidigt wird und der ein sehr enges Verhältnis zu seinem Hasen hat. Mhm. So, ich verteidige jetzt meine Hase, hast du in meinem Haas gesagt? Pam, Alter. Oder vielleicht auch besoffen. So, das haben wir uns halt auch vorgestellt, dass die halt einfach, man muss es so sehen, eine Rammler schauen sich ist wahrscheinlich nicht spannend genug, da musst du wahrscheinlich auch noch saufen. So, dann treffen die da die Rammler-Friends sich und keine Ahnung, irgendwelchen Vereinen, wie das halt bei Altkegeln und all diese ganzen Allmann-Vereine, die es da gibt, da wird er auch eigentlich hauptsächlich gesoffen. So, haben wir es vorgestellt. Dann hätte ich es verstanden. Nicht verstanden, aber ich hätte zumindest einen nachvollziehbaren Drive in die Geschichte bekommen. Was halt uns immer fasziniert hat, warum derjenige, das ist nicht sein Hase, er geht auf die zu und wird so aggressiv, dass er auf so einer Show jemanden mit beiden Rippen bricht, weil er während der Riffen eintritt, wenn er auf dem Boden liegt. Und das ist für uns wirklich... Das waren fünf Rippen. Fünf Rippen. Und das war für uns jetzt wirklich jetzt, 2019 war das, vier, fünf Jahre war das für uns jetzt ein großes Mysterium, weil wir nie aufklären konnten, wie hässlich dieser Hase war. Also die Polizei hat, sein Arzt hat gesagt, belegt sei bisher nur, es hat eine Auseinandersetzung gegeben mit zwei Verletzten. Mehr ist nicht belegt. Einer davon ist im Krankenhaus, weil, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, fünf Rippen gebrochen sind. Ernst ehrlich, Heike, fünf Rippen zu brechen, dauert. Jo. Nicht dauert, aber man braucht Einsatz. Naja, vielleicht ist er unglücklich gefallen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Rippen gebrochen sind. Aber jedenfalls offensichtlich, weil der Sachse ein bisschen rabiat geworden ist. Jedenfalls wird er in den Zeitungen dann auch der Rüpel der Rammlerschau genannt. Der Sachse. Der Sachse. Und der Sachse wiederum fühlt sich ziemlich angegriffen und findet die Leipziger Volkszeitung. Das ist jetzt alles danach. Das ist jetzt alles danach. Aber sehr schnell danach. Dritter, Zweiter ist die Polizeimeldung. Jetzt haben wir am 5.2. bereits einen Artikel. Für mich geht es jetzt aber weiter. Jetzt geht es weiter. Für mich kommt jetzt nur eine neue Welt. Jetzt geht es weiter. Ja, jetzt kommen wir in die Phase der Aufklärung. Also der Sachse jedenfalls wendet sich an die Leipziger Volkszeitung oder die an ihn. Ich weiß nicht so genau. Und beklagt in der Leipziger Volkszeitung unter der Überschrift Wurzener Züchter beklagt Rufmord. So. Der sagt. Das ist auch schon alles ziemlich großartig. Das ist großartig. Ich will auch sagen, wie der Artikel losgeht. Wurzenpunkt. Rassekaninchen sind die Sanftmut auf vier Pfoten. Außerhalb der Käfige kann es allerdings schon mal ruppig zugehen. Ja. So, das waren die für die Tonisten, die da Dienst hatten. Überleg mal. Da sind dann noch irgendwelche Lokalreporter dabei. Da sind Polizisten dabei, Ermittlungsbeamte, Rammler. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch. Es gibt wahrscheinlich auch Rammler-Gossip. Zu sagen, hier hast du gesehen, der X aus Wurzen hat den Y aus Niedersachsen angegriffen. Was wird denn da passiert sein? So, also der hier, unser Mann aus Wurzen jedenfalls sagt, es sei der Neid auf seine Erfolge, der zu dieser Auseinandersetzung geführt hat. Zumindest vermutet er das. Er vermutet, wie kann denn der vermuten, er ist doch der Aggressor, der muss doch wissen. So steht es in der Polizeimeldung, so scheint es am Ende aber nicht gewesen zu sein. Am Ende scheint es, also was heißt Aggressor? Also zugeschlagen hat er schon, zugeschlagen hat er schon. Ja. Und dann werde ich ja wohl, dann brauche ich doch, wenn ich bei der Polizei bin, keine Vermutung anstellen, warum ich sauer geworden bin. Ich kann dir doch sagen, warum ich sauer geworden bin. Es kann auch so gewesen sein, dass der Streit andersrum losging, will ich mal so sagen. Das heißt, wir gehen hier in den Notwerbebereich. Auch das könnte eine Rolle spielen. Jetzt bricht hier das Raum-Zeit-Kontinent. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind ja jetzt erst zwei Tage danach. Hilfe. Noch ist nichts ermittelt, richtig. Sondern wir haben hier den Mann aus Wurzen, der der Leipziger Volkszeitung sagt, wahrscheinlich geht es sowieso nur ums Geld, weil, und jetzt kommt es, was ich eben schon gesagt habe, für Bundessieger würden Züchter auch schon mal 1000 Euro bezahlen. Also, wenn du einen Bundessieger unter deinen Kaninchen hast und den will einer haben, dann zahlt er bis zu 1000 Euro. Das ist echt wenig Geld, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde das viel Geld für ein Tier. Ich finde das richtig wenig. Ich würde denken, dass man 1000 Euro zahlen muss, damit der meine Hasendame besucht. So wie bei Pferden. Da gibt es auch hier so, der ist schnell, komm mal her, ich will auch so ein Schnell. Nein, dann kriege ich ja nicht das Pferd, sondern ich kriege den Akt, kaufe ich mir. So, und die machen das ja auch schnell. Das heißt, eigentlich wäre es sehr ertragreich, so ein Has am Tag, pam, 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 1000 Euro. Also, der Wurzner jedenfalls, auch über den habe ich einen Artikel ebenfalls aus der Leipziger Volkszeitung gefunden, aus dem Jahr 2017. Da schreibt sie nämlich, einer der schönsten, Siegerrammler kommt aus Wurzen. Also, der hat den Bundessieger unter seinen Rammlern. Das heißt, der Wurzner ist reigning Rammler-Champ zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist. Ja, nämlich bei der 26. Bundesrammler-Schau, also zwei Jahre vorher, die fand in Erfurt statt. Und da wurden übrigens 9.133 Tiere ausgestellt, rassige Tiere, wie die Zeitung schreibt. Wow, tanzen die auch. Ich glaube eher ihre Züchter. Also, jedenfalls, willst du noch wissen, was bei den Riesen-Scheckern wichtig ist? Das hat auch die Leipziger Volkszeitung in diesem Artikel nochmal aufgegriffen. Die Punkte wahrscheinlich. Genau. Die Punkte an den Schenkeln müssen sauber und gleichmäßig sein. Der Aalstrich auf dem Rücken konstant breit und die Blume schwarz. Weißt du, was die Blume ist? Eike, das wird so selbstverständlich gesagt. Die Punkte an den Beinen müssen. Ja. Was ist denn das? Och, das haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge auch so gehabt. Das ist so dieses, ja gut, das steht ja irgendwo, da muss ja der Stimmen. So, weißt du. Naja. Ich kann doch auch sagen, nein, die Punkte dürfen nicht so sein. Ja, kannst du sagen. Das ist ja aber ein hässlicher Hase. Ich bin hier in dem Verband, ich mache einen anderen Verband. Hier müssen die Hasen besonders aggressiv sein. Die kämpfen gegeneinander. Das ist eigentlich der Rammler des Jahres. Ja, das kannst du machen. Aber die dürfen das doch auch für sich so festlegen. Ich will da nur wissen warum. Das kannst du nicht so finden, aber... Nee, aber das ist so... Also, und hier auch dieser Rammler, ne? Acht Kilo schwer. Der Bundessieger. Bundes-Rammler-Sieger-Power-Boy-Pam. So. Das mit den Augenringen und so hatten wir ja schon. Und dem Schmetterling. Ja. So, also... Und wenn wir jetzt wieder zurückspringen. Wir haben auf jeden Fall die Situation, dass wir eine neue Information erhalten haben, bis zur Polizei-Meldung dieser Sachse, der dort aggressiv auftritt, stand jetzt, ist der Champ vom letzten Mal. Genau. Das heißt, eigentlich müsste der sehr fröhlich sein, weil er ist ja Champ. Er könnte ja da gönnerhaft den Leuten so Hand-Sandwich-mäßig die Hände schütteln. Sagen, hallo, hallo. Ja, ja, ich bin's. Klar können wir ein Foto machen. Mein Rammler ist der Boss. Könnte er machen. Aber er sagt ja, da gibt's halt unglaublich viele Neider. Es war nämlich so. Nachdem er diese Bundes-Rammler-Show mit seinem Tier gewonnen hat, sind niedersächsische Züchter hergekommen. Ich gehe mal davon aus, die beiden, über die wir hier sprechen. Vielleicht. Und haben bei Facebook so eine Schmutzkampagne gegen ihn gestartet. Also dort haben sie ihm unterstellt, dass er ja nur deshalb gewonnen hat, weil er die Preisrichter beeinflusst hat. Und was die noch gemacht haben, sagt unser Mann aus Wurzen, die haben manipulierte Fotos veröffentlicht, die beweisen sollen, dass er seinen Bundessieger manipuliert hat. Also der war gar nicht so schön. Das heißt, ich habe mir jetzt zwei Vorwürfe, die im Raum stehen. Von den Niedersachsen an den Antierenden-Champion. Dass er die Preisrichter manipuliert haben soll, um das zu gewinnen. Und seine Tiere. So, und da stelle ich mir die Frage, wie soll ich denn das machen? So wie eine Milka-Kuh-mäßig anspringen. Das kommt gleich noch. Das behalten wir uns jetzt nochmal vor. Das ist nämlich der Grund des ganzen Streits. Wir machen es mal noch ein bisschen spannend. Also er sagt jedenfalls, die versuchen Konkurrenten durch Mobbing aus dem Verband zu drängen. Und nehme ich eben auch ihn. So, und jetzt kommt's. Warum sagen die das? Die sagen nämlich, dass hier der Mann aus Wurzen seinen Kaninchen Fell beziehungsweise Haut rausschneidet, damit die weniger Flecken haben. Also dort, wo ein schwarzer Fleck ist, schneidet er das Fell raus. Das muss man auch prüfen können. Das hat er auch gesagt. Also du kannst ja, da hat er dann statt Felder Wunden, der arme Hase. Er müsste das haben, wenn das stimmt, was die Niedersachsen ihm unterstellen. Was mich ein bisschen schockiert, ist jetzt unabhängig von dem Fall, das scheint ja ein Ding zu sein. Wenn die darauf, weißt du, was ich meine? Wenn ich sage, dass er das gemacht hat, dann ist das mit Sicherheit schon mal passiert. Das heißt, diese Hasen werden nicht nur dort gegen ihren Willen ausgestellt, sondern wenn sie dann einen Punkt zu viel haben, werden die auch noch misshandelt. Körperverletzungen müssen sie erleiden, damit irgendein Richard aus Wurzen nach Hause gehen kann und sagen kann, hier, Regina, ich habe es gewonnen. Der Armer sitzt da und denkt, du hast mir den ganzen Rücken aufgeschnitten, du Deppalder. Jetzt bräuchten wir wieder die Experten. Ich muss auch einfach hier sitzen und diese Karotten fressen. Ich komme hierher, deine Kinder mögen mich, ich kann hier im Garten rumhüpfen, ich mache so ein bisschen ein paar Actions, so ein bisschen links-rechtspringen mäßig. Nee, du musst mir die Flecken rausschneiden, du Geistkranker. Jetzt bräuchten wir wieder die Experten von dem Institut aus Hannover, die uns sagen können, wie stark die Schmerzen sind, die das Tier erleiden musste. Das sage ich dir. Ich bin jetzt hier auch Sachverständiger. Schon für Emojis, wissen wir ja, aber auch für das. Das geht gar nicht um den körperlichen Schmerz, Heike. Es geht auch um den seelischen Schmerz, wenn ein Punkt weg ist. Dann bin ich nicht mehr derselbe Hase wie vorher. Das stimmt natürlich. Dann komme ich zu meinen Geschwistern, die haben alle die gleichen Punkte. Dann gucken die mich an und sagen, was ist mit dir? Du bist aber eigentlich nicht mehr in der Gruppe. Es tut auch weh, ich wollte es auch nicht. Aber der Mann aus Wurzen ist ja ein ehrlicher Mann. Und der hat der Leipziger Volkszeitung gesagt, ich habe denen angeboten, dass die sich jedes meiner Tiere in meinem Stall anschauen können. Und die können sogar, dieses bewusste Tier, also hier den Bundessieger, können die sogar scheren, um nachzugucken, ob der Narben hat. Das finde ich auf jeden Fall schon mal... Faires Angebot. Faires Angebot, weil das müsste man ja trotzdem sehen. Also die können ja nicht akribisch solche Bedingungen festlegen, unter denen diese Tiere gewinnen, aber dann völlig blind sein, wenn das easygoing zu manipulieren ist. Also ich glaube schon, es gibt wahrscheinlich sogar einen Ausschuss innerhalb dieser Verbände, die sich nur um Hasenmanipulationen kümmert. Ja, so ist es auch. Hier unser Mann aus Wurzen hat auch angeboten, wenn ihr was findet, dann könnt ihr mich aus dem Verband rauswerfen. Er sagt aber, die sind gar nicht gekommen, sondern der Verband hat selber entschieden, ey, du fliegst jetzt hier bald raus, wenn es dir so weitergeht. Ist aber noch nicht passiert in dem Fall. Der Wurzler fliegt jetzt raus. Ja, in dem Fall ist es noch nicht passiert. Es kommt später dann noch, nach der Auseinandersetzung. Ich glaube, wir sind hier in einer ganz großen Sache auf der Sprache. Ich sag's doch. Das ist jetzt, hier gibt es ja noch um Verbandsbetrug und Korruption und so. Also er hat jedenfalls entschieden, wegen dieser verbalen Anfeindungen, stellt er seine Tiere diesmal nicht aus. Also die können diesmal kein Bundesliga werden. Das heißt, diese Schmutzkampagne aus Niedersachsen hat funktioniert. Die hat funktioniert, aber er ist gekommen, wollte aber nur seine Tiere zum Tausch anbieten und an keinem dieser Wettbewerbe teilnehmen. Ist ja auch noch eine Tauschbörse. Eine Rammler-Tauschbörse. Was für ihn ja erträglich ist, weil er ist ja Champ gerade. Kennt ihr mich noch vom letzten Jahr? Naja gut, aber jetzt wird es ja einen neuen Champ geben. Der 27. Bundesrammler-Show gab es neue. Aber ich glaube schon, dass du noch ein gewisses Marktwert hast, wenn du der amtierende Sieger bist. Das stimmt. Also er sagt, das war so. Da kam es dann zu diesem Vorfall. Er hätte mit Zuchtfreunden aus Sachsen und Hessen vor seinem Käfig gestanden. Er hätte vor seinem Käfig gestanden. Und er hat Zuchtfreunde aus Sachsen und Hessen. Ja. Und auf einmal sind die drei niedersächsischen, also sind drei, nicht die, sind drei niedersächsische Züchter gekommen. Darunter auch ein Preisrichter. Und die waren angetrunken. Du sagst ja, man kann das anders sowieso nicht ertragen. Nee, ich unterstelle das denen trotzdem, weil das so eine Soft-Society ist. Einer von diesen Niedersachsen hätte sich vor einen seiner Bekannten, also Zuchtfreund aus Sachsen oder Hessen, gestellt, damit der nicht eingreifen kann. Also hat den irgendwie abgeschirmt. Oder wie nennt man das? Ja, da hat sich der vorgestellt. Da hat sich der vorgestellt, damit der nichts machen kann. Mhm. Die anderen beiden hätten ihm vorgeworfen, dass er seine Tiere schneiden würde. Und dann seien die handgreiflich geworden. Ja. Und er hat sich nur gewehrt. Ich sag dir, wie ist es, Heike? Wie ist es? Wir werden das heute nicht aufklären können, weil es entstehen ja noch viel mehr Fragen jetzt hier. Doppelfolge. Wir haben zwei Versionen, an welchem Käfig das war, ist schon mal zwei verschiedene, also zwei verschiedene Orte haben wir schon mal. Ja. Dann haben wir auch den Grund der Eskalation, der auch unterschiedlich ist. So, was sagten denn die Niedersachsen, warum das eskaliert ist? Also erstmal sagt hier der Sachse, dass dabei halt ein Niedersachse gegen einen Käfig gefallen ist. Der ist aber gleich wieder aufgestanden und er hat niemanden getreten und das könnten auch fünf Leute bezeugen. Und die Security, die da offensichtlich auch ist bei so einer Veranstaltung, die habe diesen Streit dann beendet. So, und jetzt hat er sich einen Anwalt genommen, weil er gesagt hat, ich lasse mir das nicht gefallen. Und auch der deutsche Rassekaninchenzüchter Zentralverband hat gesagt, das untersuchen wir und das hat Konsequenzen. Ich habe das eben aus Versehen vorgenommen, als ich gesagt habe, der ist da dann rausgeflogen. Das war natürlich erst danach. Wo sind denn hier die definitiven Beweise, dass das, wo bleiben die? Also der Zentralverband deutscher Rassekaninchenzüchter hat gesagt, der unschöne Vorfall passt absolut nicht ins positive Bild, dass alle Aussteller und Besucher von dieser Show in Halle mitgenommen haben. Und die haben den Sachsen gesperrt, weil sie ganz offensichtlich den Niedersachsen geglaubt haben. Das muss ja einen Grund haben. Und offensichtlich hat ja auch die Polizei die Niedersachsen geglaubt, weil die stellt es ja auch erst mal andersrum dar. Ja, aber wir haben hier noch keinerlei Beweis dafür, dass dieser Tritt stattgefunden hat. So ist es. Wobei halt bei dem Sachsen auch Lücken auftauchen. Natürlich. So dieses, ja ich wollte nur Hasen tauschen, dann bin ich aber zu überlegen. Also der Verband hat jedenfalls gesagt, Gewalt hat keinen Platz in der Kaninchenzucht. Sind dann die Niedersachsen wenigstens auch rausgeflogen? Nein. Warum? Die sind geblieben. Das heißt im Endeffekt, wenn man... Vielleicht, weil der Zentralverband Deutscher Rassekaninchenzüchter, ich sag das gerne, wie du merkst. Ich gehöre es auch gerne, ehrlich gesagt. Ich muss es aber auch immer ein bisschen gucken, wie es heißt, damit ich es ja richtig rum sage. Also jener Verband hat, würde ich mal unterstellen, er hat natürlich auch der Polizeimeldung geglaubt und nicht dem Artikel in der Leipziger Volkszeitung. Das ist ein Fehler. Ich kenne das als Fußballfan. Das wird zu schnell gemacht. Aber die Polizei hat es gesagt. Das wird schon schlimm. Weil die wissen es ja auch nicht. Was... Lass uns mal ganz kurz. Wir geben jetzt hier dem Sachsen mal ein Forum. Auch für mich, ehrlich gesagt, ist hier für mich auch der Aufruf dabei. Glaubt dem Sachsen. Nein, nein, meldet euch alle. Ich bin noch soweit, ich glaube hier noch niemandem. Wir hören jetzt mal... Halt mal, meldet euch. Wer soll sich melden? Ja, der Sachse, der nie das alle beteiligt nicht. Ich werde das aufdröseln. Ich werde das aufklären, was da passiert ist. Stimme Nummer eins ist vom Sachsen. Ich will mich als Opfer. Und das finde ich nicht in Ordnung. Der eine hat sich auch vor meinen Kumpel hingestellt und hat sich raus aufgebrüstet, dass er nichts machen kann. Und der andere ist ja dann auf mich drauf zu. Aber ich kann mich ja auch nicht von ihr schlagen lassen. Oder ich muss mich ja auch wehren. Und ich habe nicht zugeschlagen. Ich habe dem Mann gegen Käfisch, ich habe den weggeschubt. Und es tut mir auch leid. Jetzt kommen die dummen Sachsen noch hier, die dummen Ossis hierher und räumen die Preise ab. Und das unter aller Götterlinie. Muss ich, soll ich das nochmal übersetzen? Ich habe mir den aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe es verstanden. Das war halt am Ende. Am Ende hat er quasi anderen Leuten Wörter in den Mund gelegt, richtig? Er sagt, er fühlt sich als Opfer. Er sagt, das sei nicht in Ordnung. Und er muss sich doch mal wehren können. Er sei schließlich angegriffen worden und er hat nicht zugeschlagen. Er hat den Mann gegen den Käfig geschubbt, wie er sagt. Und es tut ihm auch leid. Aber es sei eben so, dass die anderen sagen, so jetzt kommen die dummen Ossis daher und räumen hier die Preise ab. Und das sei eben unter aller Körperlinie. Das ist übrigens aus einem Beitrag aus RTL. Hat er Körperlinie gesagt? Er hat Körperlinie gesagt. Ich habe es tausendmal angehört. Ich glaube, er sagt Körperlinie. Nein, er sagt Körperlinie. Ich habe es tausendmal mir angehört, weil ich es ja auch abgeschrieben habe, damit ich genau verstehe, was er da gesagt hat. Nein, er hat ganz sicher Körperlinie gesagt. Ich glaube, er sagt Körperlinie. Körperlinie. Unter aller Körperlinie. Genau, das hat er gesagt. Eigentlich wäre es viel besser in dem Kontext Köttel liegen, jetzt zu sagen. Guck mal. Wir hören jetzt mal an, was die Niedersachsen zu sagen haben. Ich würde mich auch geschweige denn nie auf einer Rassekaninchenschau prügeln. Denn da sind wir da, ich sage mal so, um uns von unseren Kaninchen her zu messen. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich bin mit ihren Kaninchen nicht einverstanden. Das kann man akzeptieren, darüber kann man reden. Aber deswegen brauche ich keinen zu Boden stürzen und einen da fünf Rippen brechen. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ich würde mich nie auf einer Kaninchenschau prügeln. Du meinst, er würde aber sonst schon. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das hier nicht ausreichend untersucht wurde. Hier sind viel zu viele Fragezeichen. Aktuell bin ich ehrlich gesagt noch merkwürdigerweise nach all den Jahren der Verdächtigung für diesen Sachsen. Ich bin damals von einem betrunkenen Aussi ausgegangen, der halt einfach sauer ist und irgendeine Scheiße davor ist. Ich glaube, dass das stimmt, was der Sachse sagt. Ich glaube, dass das stimmt, weil der war der Champ und dann musste er den Neid aushalten. Die anderen haben probiert, ihn zu diffamieren, haben vielleicht gute Kontakte in den Verband. Was ja dann scheinbar auch funktioniert hat. Ein einziger, ja, aber ich lande auch gleichzeitig wieder auf der anderen Seite. Der hat ja angeblich viele Zeugen auch dabei gehabt. Also eigentlich müsste das nochmal aufgeklärt werden. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also es hat zunächst einmal den Versuch gegeben, sich per Video zu einigen. Es war Corona, muss man vielleicht dazu sagen. Das heißt, der Name hier, die ganzen Rammler-Daddies haben einen Videocall gemacht. Ja, aber das hat nicht funktioniert. Also gab es am 9. September 2020 einen Prozess vor Amtsgericht in Halle. Und das Amtsgericht in Halle hat... Sich erstmal gefreut wahrscheinlich. Geil, was kommt hier auf uns zu? Ich weiß nicht. Hat jedenfalls den Sachsen verurteilt. Nämlich zu einer Geldstrafe von 2400 Euro. Und zwar, das ist ja wichtig, 120 Tagessätze haben die festgelegt. Also der ist vorbestraft, der Mann. Mit diesem Urteil... Das muss er aber einen Grund haben. ...wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Das Gericht ist davon am Ende überzeugt gewesen. Es hat einen Streit gegeben. Einer ist zu Boden gegangen. Er hatte Rippenbrüche. Und er ist von dem Angeklagten zu Boden geschubbt worden. Das haben die natürlich nicht so gesagt. Ja, aber... Und er ist von ihm auch getreten worden. Aber das stützen die auf Zeugenaussagen dann? Das stützen die auf Zeugenaussagen. Sie sagen auch, zwei weitere Männer wurden während des Streits gegen die Käfige der Schau gestoßen. Aber hier sagt das Gericht, tatsächlich war das Notwehr und deswegen Freispruch. Der hat sich gewehrt. Also das Gericht geht davon aus... Das musst du mir jetzt nochmal erzählen. Das Gericht geht davon aus. Es hat einen Streit gegeben. Einen handgreiflichen Streit. In diesem handgreiflichen Streit sind auf der einen Seite zwei auf ihn zugekommen, so wie der das auch sagt. Er hat sich gegen die gewehrt und darin sah das Gericht Notwehr. Das heißt, die belangen ihn nicht für die Käfigschubsereien? Für die Käfigschubsereien nicht, aber für die Rippenbrüche. Weil er dann nochmal drauf ist. Weil er dann nochmal drauf ist. Sie sagen aber auch, die Zeugenaussagen vor Gericht waren, das haben wir jetzt hier auch gehört, so widersprüchlich, dass man sich nicht richtig festlegen kann, was ist denn jetzt eigentlich hier passiert. Das sagen die und geben dem gleichzeitig diese Strafe? Naja, also... Ja, ja, was hier also? Ja, sagen die. Cool. Also wir wissen nicht, was passiert ist, aber wir müssen ja hier ein Urteil fällen, wir sind ja hier ein Gerichtsgörter zu. Naja, also wir waren jetzt nicht dabei, ne? Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltend. Was die gesagt haben. Also sie haben wohl gesagt, die Zeugenaussagen waren widersprüchlich. Angeblich hat hier der Mann aus Wurzeln die Männer mit Fäusten attackiert, getreten und einen mit dem Tod bedroht. Das wurde alles vor Gericht gesagt. Auch im Flur soll er irgendwie Zuchtfreunde wild beschimpft haben. Als der Niedersachse 1, also der Angegriffene nochmal, nee, nicht der Angegriffene, das Gespräch mit ihm gesucht hat, sei er gegen den Käfig gestoßen worden, hat Nasenbluten gegeben, sein Bruder sei gekommen und habe ihm geholfen. Und dann ist der Streit eskaliert. So, und dann kam dieser Niedersachse 2 dazu, der dann am Ende diese gebrochenen Rippen hat. Und ich kann nur sagen, es hat widersprüchliche Aussagen gegeben. Am Ende war das Gericht davon überzeugt, dass der, dass der den, diesen 2. Niedersachsen so angegriffen hat, ohne in irgendeiner Notwehrsituation zu sein. Offenbar war das dann schon durch und dann ist er auf den nochmal losgegangen, so verstehe ich das und hat dem, der hat, und hat halt auf den eingetreten. Er sagt ja, nein, habe ich nicht. Das Gericht hat den anderen geglaubt. Kannst ja machen. Ja gut, du hast gesagt, ich war nicht dabei. Ja. Aber ich würde zumindest, ja, ist schwierig. Ich finde es sehr schwierig, weil es für mich jetzt an den Informationen, mich entlang zu handeln, die wir jetzt hier haben. Das ist schwierig, weil wir nicht dabei haben. Wir haben es einfach nicht gehört. Kann schon sein, dass sich das Gericht es einfach gemacht hat. Es kann aber auch so sein, dass es einen definitiven Beweis gibt, den wir nicht wissen. Den wir nicht wissen. Okay. Das heißt, am Ende? Am Ende wissen wir. Am Ende wissen wir Folgendes. Was denn? Also wir wissen, dass auf jeden Fall diese Provokation stattgefunden haben und wir wissen den Grund der Provokation, egal von welcher Seite es ausging. Ja. Das heißt, das Gericht hat sogar verstanden, dass er sauer geworden ist. Ja, das Gericht hat jedenfalls verstanden, dass er angegriffen worden ist und sich gewehrt hat. Dann haben sie aber nach zugesagt. Das hätten sie ja nicht Notwehr gesagt. Dann haben sie gesagt, hättest du es dann gut sein lassen, weil wir verstehen nicht. Aufgrund der Faktenlage erlaubt das Gericht dir einen Schupper gegen den Käfig. Ja, Rippenbrüche, dafür reicht es nicht aus. Aber das klingt doch eigentlich ganz vernünftig. Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, ehrlich gesagt, die Leute, die so eine Facebook-Kampagne starten, um den zu diffamieren, was ich jetzt hier, ich unterstelle es jetzt einfach mal. Wir können das nicht prüfen übrigens. Ich habe die nicht gefunden, die Kampagne. Das kann so sein und es kann auch nicht so sein. Guck, das meine ich. Es braucht mehr Ermittlungsaufwand. Ich bin bereit, mich daran zu beteiligen. Auf jeden Fall wissen wir nicht, was da passiert ist. Das heißt, die Mystery, ehrlich gesagt, lebt weiter. Und ich glaube, liebe Gasthörer von 93, die jetzt hier zugehört haben, deswegen, es geht weiter. Und ihr seid auch dazu aufgerufen, auch die Vorurteile zu hören. Vielleicht können wir das aufklären auf der entweder 36. Bundeskaninchenschau. Die ist am 16. und 17. Dezember in Leipzig. Oder wir gehen einfach, aber da müssen wir noch ein bisschen warten, im Jahre 2025, dafür im Januar, zur 29. Bundesrammler-Show. Das können wir auch machen. 16.12. in Leipzig, hast du gesagt. 16. und 17.12. in Leipzig. I'll be there. Aber das ist die Bundeskaninchenschau. Die letzte haben wir leider verpasst. Die war gerade erst in... Das ist auch eine Kaninchenschau. Das war eine Rammler-Show. Nur die männlichen. Das ist nicht so einfach. Scheinbar. Nur die männlichen. Ich denke, Kaninchen hat mit dem Geschlecht nichts zu tun. Rammler ist ein männliches Kaninchen. So, und wenn du Kaninchenschau sagst, dann könnte es ja sein, dass da auch Rammler... Da sind auch Rammler, aber da sind auch die Mädels. Das heißt, es gibt eine Show nur für Männer und eine für beide. Ja. So, da ist mein Fehler in der Matrix gewesen. Unfair. Warum gibt es keine Frauenschau? So mit so... Weiß ich nicht. Egal. Gibt es noch irgendwas, Heike? Nö. Also, ich könnte dir jetzt noch den Kurzbericht von der Bundesrammlerschau in Halle vorlesen. Aber das schenken wir uns, glaube ich, jetzt. Das ist jetzt nicht so aufregend. Der ist halt wie so ein Kurzbericht von einem Verband ist. Ich rufe jetzt hier zur Recherche auf, damit wir diesen Fall, damit hier Rechtsfrieden auch in Hasenkreisen herrscht. Die fragen sich ja auch, was ist da passiert? Wurden denen wirklich Sachen rausgeschnitten? Ist nicht nur für uns Menschen, sondern auch in der Szene geht es wahrscheinlich hoch her. Aber da müssen wir ja jetzt erst mal dieses Tier wiederfinden. Heike, ich habe doch gesagt, es wird ein großer Rechercheaufwand sein, denn wir betreiben müssen. Aber wir werden dann mit dem Deutschen Fernsehpreis für unsere dreiteilige Dokumentation zur Rammlerschau belohnt. Also von daher starten wir es doch. Ich habe nichts mehr, ehrlich gesagt. Ich habe viele Fragen, aber die können wir heute nicht mehr beantworten. Das heißt, du auch nicht mehr? Gehen wir weiter. Niemals im Minus gibt es Zuschauerraum. Zuschauerraum. So, und bevor wir jetzt bei Isabel Jahn anrufen, und weil wir ja gerade bei Tieren sind, habe ich auch was gelernt, nämlich, dass der belgische Schäferhund eben kein Mix ist zwischen dem Deutschen und dem Marlinois, sondern, dass der belgische Schäferhund der Marlinois ist. Ich wusste das nicht. Warum müssen wir das wissen? Weil der doch eine Rolle gespielt hat bei Ulla. Das ist Ulla. Ach, Ulla ist doch die von Enrico, die er versucht hat zu vergiften mit der Nudelsuppe. Ah. Und den Mann. Und da spielten diese Hunde eine Rolle. Ich hätte einfachere Möglichkeiten zu geben, mir und den Hörern und Hörerinnen und allen Möglichkeiten zu sagen, worum es hier reingeht. Entschuldigung, ich dachte, wir wissen alle, worum es geht, wenn ich von belgischen Schäferhunden rede. Also, und was Ulla betrieben hat, ist IGP-Sport, Gebrauchshundesport. Dazu gehört Pferden legen, Unterordnung, Schutzdienst. Grob angelehnt an die Ausbildung von Militär- und Polizeihunden. Also, nicht das, was ich erzählt habe, nicht Agility, hier über Hindernisse springen, sondern das. Dankeschön, Simone, die uns schreibt, dass sie jetzt auch aufhört mit der Klugschässerei. So, wissen wir das? Ich hoffe, ihr geht es besser. Und, pass auf, noch was, da haben wir doch von der Ketzer-Gang geredet, ne? Und ich habe rumspekuliert... Die kenne ich jetzt wieder, das ist hier der behaarte Rudi und seine Friends. Genau, und ich habe doch rumspekuliert, warum die Ketzer-Gang heißt, weil die Ketzen stimmt überhaupt nicht. Sondern, danke, Lara, weil die in so einen Hof immer gegangen sind, auf so ein Weingut gegangen sind und das betreibt die Familie Ketzer und deswegen ist es die Ketzer-Gang. So schnell kann man böse über Menschen reden und die gehen einfach nur fröhlich Wein trinken. So, das dazu und jetzt rufen wir Isabelian an. Isabelian, Basti Red und Heike Borufka am Ende einer weiteren Folge von Verurteilt klingt wie ein Werbespot, gell? Hallo. Hallo. Also, und wir haben eine Frage nämlich von Heiko Trageser aus Mainz, der stellt uns eine Frage zu den Hausnomaden, hier Krieg im Wohnzimmer, eine von Bastis Lieblingsfolgen, glaube ich. Nach der heutigen. Nach der heutigen, okay, okay, mach dich auf was gefasst. Also, er fragt, dass man eine Person nicht öffentlich, vielleicht müssen wir nochmal dazu sagen, worum es da überhaupt ging. Also, da ging es um eine Frau, die sich wie so Mietnomaden, aber als Hausnomaden immer in irgendwelche Häuser gesetzt hat, die niemals bezahlt hat und dann mit ihrer ganzen Familie etc. eingezogen ist. Und irgendwann kam der Gerichtsvollzieher und hat gesagt, das ist doch die sowieso, die kenne ich doch schon. So, und dann die Frage dazu war, die, glaube ich, wir uns auch gestellt haben oder die sich irgendjemand, weiß ich überhaupt nicht mehr, gestellt hat, nämlich, warum kann man nicht öffentlich vor der Warnen? So, kann man natürlich nicht, wegen Prangerwirkung, aber Heiko Trageser schreibt, und selbst wenn es sich, wie im vorliegenden Fall, um eine Betrügerin handelt, kann ich das nachvollziehen. Aber benötigt man zum Kauf und Verkauf einer Immobilie in Deutschland nicht zwingend einen Notar? Wäre es in einem solchen Fall nicht möglich, eine entsprechende Kartei zumindest unter den Notaren zu führen? Also irgendwo dritt steht, Achtung, wenn die kommt, besser nichts unterschreiben? Ja, also so eine Kartei, in der Betrüger eingetragen werden, damit Notare und vielleicht irgendwelche potenziellen Käufer gewarnt werden, da kann ich sagen, also wir haben sowas nicht in Deutschland. Theoretisch wäre es schon denkbar, sowas zu installieren. Es gibt ja auch andere Register, in denen Personen eingetragen werden, die sich strafbar gemacht haben. Also bekannt ist natürlich einmal das Bundeszentralregister, aber wir haben auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Wettbewerbsregister, da werden Unternehmer eingetragen, die sich zum Beispiel wegen Korruption am Bau oder weil sie Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten haben, die werden dort eingetragen und damit will man verhindern, dass öffentliche Auftraggeber die jetzt nochmal beauftragen, um ein großes Bauvorhaben zum Beispiel zu realisieren. Ja, also wir kennen sowas schon, theoretisch wäre das denkbar. Ob das jetzt in dem Fall wirklich gesetzt werden würde und ob man das machen würde, das weiß ich nicht, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Okay. Akzeptiere ich, so ist auch okay so. Finde ich auch. 80 Register, hier Schufa, dies, das, Ananas. Da muss man jetzt, glaube ich, lieber aushalten, dass das passieren kann, anstatt es jetzt hier noch ein neuer Biokratie-Power-Apparat entsteht. Alright, vielen Dank. Jetzt ist Regen drin, ja. Okay, vielen Dank. Danke. Okay, macht's gut, tschüss. Tschüss, tschau. Alright. Heike, more Heike. Was war's mit der Spaßfolge? Was war's mit der Spaßfolge? Du schuldest uns jetzt trotzdem erneut nochmal die Termine für die Shows. Für die ganzen da in Leipzig und so. Ach so, für die Shows in Leipzig. Ich war jetzt ganz völlig überfordert. Okay, ich wiederhole gerne. Die 36. Bundeskaninchenschau ist am 16. und 17. Dezember 2023 in Leipzig. Und die 29. Bundesrambler-Show ist am 25. und 26. Januar in Magdeburg. Genau. Ja, vielleicht treffen wir den einen oder anderen da. Vielleicht können wir da detektivische Arbeit zusammenleisten. Ich weiß nicht, ob ich mich dahin betraue. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich bin sehr angezündet, was den Fall betrifft. Aber wir haben natürlich auch noch eigene Live-Termine, die trotzdem wichtiger sind. Seien wir ehrlich, als diese Shows. Leider kann ich euch dieses Jahr keinen Termin mehr anbieten. Aber ihr könnt für den 10.1., den 31.1. und den 28.2. 2024 noch ein paar Restkarten kaufen. Das sage ich auch schnell dazu. Weil wenn das hier rauskommt, ist es wahrscheinlich auch schon wieder fast weg alles. Wer es aber gar nicht aushält bis nächstes Jahr, kommt am 2.10. zum Krimi-Festival nach Gießen. Da kann man nicht nur uns treffen. Schon ein bisschen gewohnt im Setting. Wir stellen auch einen ganz normalen Fall vor, wie ihr es kennt. Sondern auch in die Nachtsheim. Da freue ich mich natürlich doppelt. Von Badesalz. Es gibt auch nicht Hessen. Die dann kennen in die Nachtsheim nicht, aber Badesalz. Ich glaube schon. Das werden wir in die Nachtsheim fragen, wenn wir da sind am 2.10. Die Nachtsheim und ich. Da gab es die auch im Fernsehen. Als man noch so durchgesappt hat. Wenn ich die doch geil finde, dann weißt du, wie die heißen. Na gut. Keine Ahnung. Weißt du die Namen von der Büffelherde? Ja. Und dann siehst du. Mit der Büffelherde schließen wir die Sendung. Ciao. Vermiss euch alle. Bis in zwei Wochen. Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.